Dann müssen sie im Anschluss nicht foulen, sondern foulen einen Stopp, um dann zu scoren. Und das kann auch ein guter Zweier sein. Aber sie nehmen einen Dreier. Sitzen! Ein schneller Abschluss und drei Punkte! Sonst? Das hier. So stark. Ja, ich bin dran. Die Spieler spielt stark in Solskjaer. Auch schon gegen Göttingen.